So, meine lieben Freunde, der gepflegten elektronischen Unterhaltung... Ach Gott, jetzt hat Fried auch dabei. Egal. Dann gehen die beiden eben wieder zurück. So, der ist dabei. So, die zwei haben auch nichts. Das heißt, wir gehen auch wieder zurück. Oh, Grunzer! Das Sterbliche. Ihr habt dieses Land entweit und werdet bösen. Ah, macht die unsichtbar Lust? Oh! Okay, dann macht du dich unsichtbar. So, wir begrüßen jetzt die Grunzer mit einem... Mit einem Pfeilhagel. So, wüsst du da wenn? Oh! Och, ne, komm! Wichser! Dann laufen wir doch andersrum. Bei Elu. Unverzüglich. Oh! Ah, das ist ein Album. Sehr schön. Unsere Krieger greifen mit Feind andersrum. Die Göttin ruft. So, dann kann ich erst mal einen Stoß Bogenschützen nachholen. So, zack. Sind alle dabei? Jawohl. Sehr gut. So sei es. Dann gehen wir jetzt unten hier diesen... ...Volberg... ...Volbergs. Volbergs. Volbergs, nicht Vollbergs. Volbergs. Unverzüglich. Ist das... Oh, ja. Ach, guck mal hier. Er hier. Ich warte auf euch. Auf euer Zeichen. Ach, komm. Ich warte auf euch. Kontakt zum Außenposten abgerufen. Kontakt zum Außenposten abgerufen. Oh, egal. Ich schlafen bestimmt wieder nur. Im Namen von Szenarius. Für Kalendorf. Auf euer Zeichen. Viel jemand bedroht die Wildnis. Bei Elune. Wir haben wir so in den Kisten drin. Allerzüglich. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Nein. So sei es. Ah. Ich warte auf euch. Kein Wort mehr. Verschress eurer Mann. So. Wie die Göttin wünscht. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt... ...unsere Belohnung abholen. Und ich hoffe, die Belohnung war es wert, dass ich hier die ganze... ...den ganzen Driss hier gemacht habe. Ja, so. Ich bin bereit. Ich habe gerade auch, ich habe gar keinen Altar gebaut. Brauche ich auch nicht. Ich brauche ihn trotzdem der Vollständigkeit halber. Die Göttin ruft. So sei es. So. Jemand bedroht die Wildnis. Auf euer Zeichen. Ich bin bereit. So, ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Vielen Dank, Priesterin. Nun können wir das Dorf evakuieren. Bitte nehmt die Hilfe unseres Helden an. Er wird euch mit seinem Leben schützen. Euer Angebot ist überaus großzügig. Möge Elun euch wohlbehalten geleiten. Jemand bedroht die Wildnis. Ah, ich habe die... Ah, geil. Jemand bedroht die Wildnis. So, das ist Gruppe 2. Die geht jetzt auch mit. Gruppe 1. Wie die Göttin wünscht. Tu mal, was gegen dein Schneichen, Junge. Euer Gebäude ist fertig. Das ist ja eine Zufundung für jede Frau. Nein, also, äh, ich schneiche nicht. Habe ich mir sagen lassen. So sei es. Jemand bedroht die Wildnis. Ich folge der Stimme von Elun. So, jetzt ist der Paladin dran. Oder auch nicht. So, renn einfach rein. Ich folge der Stimme von Elun. Hero-Focus. So, tschüss. Wichser. Haha. Wichser. Die Tiere fliehen. Die Region kommt. Tichondrius. Die und Toten verteidigt euch. Sie müssen uns von Lordaeron gefolgt sein. Die Fluchtrücken in Wellenform. Rasch, meine Schwestern. Zurück zu den Bäumen. Einer solchen Streitmacht sind sie nicht gewachsen. Ja, jetzt beginnt die Flucht und die Neuorganisierung. Ich glaube, bei The Frozen Throne ist er glaube ich die Warn. Genau. Die Töchter des Monus. Drei Wochen später, irgendwo im Vorgebirge des Berges Hjal. Drei Wochen sind vergangen. Die Untoten rücken unermüdlich an. Wir können ihnen nicht entrinnen. Ihr seht, Lord Archimond. Wir müssen die Nachtelfen nicht fürchten. Die Geisel kann. Archimond, nach 10.000 Jahren, wie ist das möglich? Die Legion ist zurückgekehrt, um diese Welt zu verschlingen, Wei. Und diesmal wird uns euer lästiges Volk nicht aufhalten. Narren, ihr habt sie entkommen lassen. Findet sie, verdammt. Findet und tötet sie. Der Tag, den wir lange gefürchtet haben, ist gekommen. Die brennende Legion ist zurückgekehrt. Ich muss den Fluss überqueren und die restlichen Schwestern warnen, bevor alles verloren ist. Ja, das ist jetzt eine, eine, äh, Renn- und Versteckmission. Ich muss mal eben den Hotkeys... Diese verdammten Nachtelfen können uns nicht entkommen. Lord Archimond wünscht, dass wir sie finden. So. Bei Elune. Lauf weiter, los. So sei es. Danke. So haben wir hier oben. Wie die Göttin wünscht. Niemand darf mich sehen. Beweglichkeit, Beweglichkeit. Clown des Angriffs, plus drei, oh Gott. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Haha, Loser. Unverzüglich. So sei es. Chaos schade. Asch, Ressor, Raman. So, dann gucken wir erstmal hier nach. Ja, so gestaltet sich jetzt diese ganze Mission. Folgt der mich? Nein. Nein. Jemand bedroht die Wildnis. Bei Elune. Ah, ich muss da oben sowieso rum. Scheiße. Die Göttin. Lord Archimond wünscht, dass wir diesen Wald entweihen. Und das werden wir. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Haha. Die hat alle keine Ahnung. Die hat alle keine Ahnung. Asch, Ressor, Raman. Unverzüglich. Bei Elune. Wie die Göttin wünscht. Wie die Göttin wünscht. Ich folge der Stimme von Elune. So sei es. Lass mich vorbei. Unverzüglich. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Bei Elune. Wenigstens ist die KI nicht vollends verblödet. Der ist mir sofort nachgelaufen. Wie die Göttin wünscht. So, Brücke erreicht. Unverzüglich. So sei es. Ah, Gott sei Dank. Die Schwestern sind da. Bei Elune. So sei es. Eluna Dorr-Priesterin. Wir stehen euch zur Verfügung. Ich folge der Stimme von Elune. Was habe ich bei Sylvanas gesehen? Moment. Bedroht die Wildnis. Ach, das ist Chandris. Ich folge der Stimme von Elune. So. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Bei Elune. Die Menschen verabscheuen die Untoten. Das ist eindeutig. Aber ich wage nicht, ihnen zu trauen. Diese Orks scheinen einen magischen Schatz zu bewachen. Hm, der könnte mir nützlich sein. Was haben wir denn? Mantel der Intelligenz. So sei es. Unverzüglich. So sei es. So, wir müssen jetzt erstmal den Mundruf und dann den Orks vorbei zum Teleporter. Lauf, lauf. Ah, sind alle durch? Nein, zwei sind gefallen. Nein. So. Äh. Ja. Coole Ansage. Okay. 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 Okay.